haben zu einer neuen folge pokémon ist warum pokémon der mann wenn man das lockt challenge und nichts anderes ja mein gott das bin ich doch gar nicht da ist krampf chef echt geiler gewesen flug pokémon hätte fliegen können ok warum tut ihr das ich hasse euch lasst das keine ausdauer also was das ist auch blöd wenn die stärkste attacke eines pokémon nicht mal nicht der wasser geht lass es was werden das macht es jetzt gleich noch mal gleich noch mal ich habe nicht mal mehr gifte ich weiß nicht dass nicht so zufrieden es ging auf einen angriff interessant wie es will hier liegt kein item das gedacht habe ich noch unnützen partie riesen kippen wasser ist und ja die sterben die pokémon das ist eine nase opa lang warum nur bären überall bären und gelbe bänder es gibt sonst macht euch jetzt net die eine hat den vampiro im normalen spiel will ich verarschen erst mal auch ein starter aber noch ein quappo warum müssen wir wehtun das macht mich traurig egal quappo kommt nicht durch eine schnabel schockwelle vielleicht kommt es nicht mal allein durch die schockwelle allerdings es ist ein quappo letzte entwicklungsstufe ja gut habe ich erwartet aber größte gefahr erstmal weg machen wie zusammen kannst du jetzt mein rot und vergift mit dem giftbruder so will aber meine fressen insgesamt kann es auch oder lockt du da kann man natürlich auch mal einsetzen kein problem da hätte ich mehr erwartet von dieser sagen es hat mich nerven können du bist scheiße das hast du wahrscheinlich hier gefangen und drei level trainiert du bist scheiße das war das kill dann hat die erst trainerin keine pokémon mehr und ich kämpfe allein gegen diese sagen und was auch immer noch kommt ich hätte es auch ein kampfschiff aber irgendwie weiß nicht kaputt sie wollte nicht kaputt sie meinte nein das gay rechte hand kann ich im spiel nicht gebrauchen es kommen so wenig doppelkämpfe sage ich natürlich jetzt ein doppelkampf aber gab es sollte in rechte hand sich neben sich stehen haben wenn es da sage ich doch hättest du war gleich gemacht meine pokémon geschläfert dann wäre jetzt nicht das halbe team kaputt riechen da da ich weiß nicht ob die schockwelle erreicht also erstaunlich einfach mal äh äh das gibt's nicht schreck wenigstens zurückkommen schläfer mich nicht ein ja das kann man auch wollen muss man nicht also überhaupt nicht kann man aber ja kann man machen ja kann man machen ja kann man machen ja kann man machen es regnet das ist wir gehen auf den zerstörer und auf den erstauner dieser sahen das könnte auch schon wieder los sein wunderschön aber egal nicht entwickeln lassen Nidorinos wacht geil nächstes pokémon youtube mega youtube galoppa im regen da macht mir mal gar nichts gar nichts peng armes pferdchen ich finde galoppa voll toll in welchem tier ist galoppa vielleicht mache ich mir mal ja ich mach mir mal ein galoppa team und schau da natürlich brenne ich im regen an natürlich da 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 so wiki guck ich war erst beim wiki da wow das war lustig bitte schlagt mich doch was ach was ja man entern und wir kommen den schleier der an toll ich brauche den kratzer da umlegt mein wasserstein jetzt kann ich gucken ich bin schleier das ist in dieser edition die stadt mit dem großen dicken fetten laden das wollte ich gerade sagen und das finde ich schon sehr angenehm vielleicht gibt es da wassersteine und steine und steine steine und steine aus stein die steinig sind die will ich alle haben erstmal nachgucken ich habe ja noch zweieinhalb die 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 danke wo wo steht denn da alles für den trainer alles für den kampf tm wo gibt es die steine erst mal so beleber ich dachte ich wollte mir gerade beleber kaufen aber na 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 hier gibt es endlich super wenn und hyperwälle geil erst mal vorsorgen fluchtzeile könnte ich gebrauchen egal ich bleibe jetzt noch ein bisschen hier drin ich will gucken ob ich hier irgendwo steine die finden kann du ja nein lass mich geh weg du nein nein geh weg du ja bilder und ja lass mich da hast du noch was weil sein präzis hat weg haben wir nicht ändern hier kann ich mir blitz kaufen ist das wichtig kann eventuell feuersturm um Donner Lisa Blaststrahl ich glaube ich so gestoßen wenn wir übersteuern die aufstoßen ich sage ja verkauft damit Kör ich will ich kriege keine Steine aber hier kriege ich noch ein er hat geil er wird ich kann hier keine Steine kaufen ich schnauze denn denn der Lenden der Lenden der Lenden der Lenden total enttäuschung im Supermarkt laden hoch aus Gebäude das war der Geldmädchen geil an den alten da konnte ich mir Steine kaufen wie ich wollte da sage ich hier noch drin hallo ich bin ein einbrecher ja 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 ich habe schade lasst du blöd ich bin das ist bloß gerade nicht gebt ihr mir geschenke gebt ihr mir geschenke ist das gelingt die geburt ich kann nicht schlafen weil das auch kein bett in deinem haus ich habe kein bett in meinem haus ich schlafe auf dem boden irgendwie ist das unbequem ich verfehle das nicht egal ich würde sagen falls euch diese folge gefallen hat dann noch bitte für werten kommentieren abonnieren ich habe mir das raus wir sehen uns beim nächsten mal wo ich wahrscheinlich die arena anfangen nice dann wäre es raus tschüss 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 tschüss